7. Dieser Begriff 8. Am 8. Jetzt liegen Sie gleich hier und dann noch werde ich mit dem Schirm 11. Schirm 12. Schirm 12. Schirm 13. Schirm 14. Schirm 15. Schirm 15. Schirm Willkommen in Zürich, willkommen beim Personenmeldamt. Wir helfen Ihnen gerne. Nur wenn Sie aus dem Ausland auf Zürich ziehen, müssen Sie persönlich bei uns vorsprechen. Dazu suchen Sie Ihres entsprechenden Kreisberuf. Bitte beachten Sie, dass Sie für Ihre Anmeldung als ausländische Staatsangehörige folgende Unterlagen dabei haben müssten. Reisenpässe, Mietvertrag, Arbeitsvertrag oder Studiebestätigung, Hyratsurkunde und falls Sie mit Ihren Kindern zuerziehen, auch die Geburtsurkunde von Ihren Kindern. Gemeinsam führen wir dann Ihres Aufenthaltsgesuch aus. Wenn nötig, wird bei uns für Sie ein Termin beim Migrationsamt vereinbart vom Kanton Zürich für die biometrische Daten. Ihre Unterlagen werden dann von uns als Migrationsamt weitergeleitet. Wenn alles vollständig vorhanden ist und wir Ihre Anmeldung abschliessen können, bekommen Sie Ihre Meldebestätigung. Das ist für Sie gleichzeitig Ihre Anmeldung bestätigt und Sie können mit dieser Ihre weiteren privaten Angelegenheiten regeln. Sobald das Migrationsamt die Prüfung von Ihrem Aufenthaltsgesuch abgeschlossen hat und Sie Ihre Aufenthaltsbewilligung ausgestellt haben, wird sie Ihnen per Post nach Hause geschickt. Zahlen können Sie bar, mit EC oder mit Klinikarten. Wir heissen Sie herzlich willkommen in Syrien. In fast allen anderen Fällen können Sie heute bequem von zu Hause aus Ihres Anliegen über unseren Online-Schalter erledigen. Sie ziehen innerhalb der Stadt Zürich um und möchten Ihre Adresssendung online melden. Oder Sie brauchen eine neue Wohnsitzbestätigung und haben gerade keine Zeit, um auf dem Kreisbüro vorbeizukommen. Kein Problem. Egal, wo Sie sich gerade aufhalten, auf unserer Webseite finden Sie all unsere Online-Services. Wählen Sie die entsprechende Dienstleistung aus und anschliessend wird das Kreisbüro informiert und Ihr Anliegen wird so schnell wie möglich bearbeitet. Sie haben auch die Möglichkeit, andere Dienstleistungen des Bevölkerungsamts in Anspruch zu nehmen. Sei es eine Trauterminreservation, ein Termin für eine Bestattungsberatung, aber auch Zivilstandsdokumente, können Sie ganz einfach auf unserer Internetseite am Online-Schalter bestellen. Zahlen können Sie per Kreditkarte. Wir heissen Sie herzlich willkommen hier in Zürich.